Wir sind heute beim Backprofi, beim Christian Ofner. Hallo Christian. Hallo liebe Susanne. Wenn ich da so auf unseren Tisch schaue, mit den Zutaten, dann befinde ich mich eigentlich schon mitten in meinem Urlaub. Das erinnert mich alles ein bisschen an Italien. Wie ist denn das, wenn du nach Italien fährst? Was musst du da unbedingt essen? Als erstes Pizza. Pizza kann man immer und überall essen in Italien. Schmeckt in der Regel immer sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, werden wir gemeinsam eine richtig gute Pizza zubereiten. Du hast einen besonderen Teig dafür für uns. Nämlich einen Pizzateig, der einen Vorteig benötigt. Genau. Der Vorteig wird angerührt, dann lässt man den bis zu 24 Stunden im Kühlschrank drinnen rosten. Dadurch haben wir ganz viel Geschmack und Aroma. Und dann hast du wirklich einen Pizzateig, der sensationell gut schmeckt, ganz wenig Glamm drinnen. Und natürlich das Nonplusultra natürlich, dass man wirklich noch eine bessere Pizza macht wie die Italiener. Wenn ich die Pizza in Italien so am Teller kriege, hat immer so viele schöne Blasen. Genau. Das haben wir dann da? Ja, das sollten wir hinkriegen. Ja, perfekt. Gut, da bin ich sehr gespannt. Heute werden wir viel lernen. Gut, ich gebe als erstes immer das temperierte Wasser gleich einmal in die Schüssel hinein. Das ist so handwarm oder hast du bestimmte Grad? Das wird sozusagen 20 bis 22 Grad haben. Das heißt, eigentlich ist es so, wie es momentan von der Leitung runterkommt. Ja. Dann haben wir da ein Gramm Germ. Ach, das ist ganz wenig. Das ist gar nichts. Frische Germ, gell? Frische Germ, genau. Dann wird das mit dem Schneebesen gleich ein bisschen so aufgelöst. Und dann schmeißen wir gleich das Mehl dazu. Das ist ein normales Weizenmehl. Normales Weizenmehl, genau. Vom Typ her? Typ 700. Ja. So, perfekt. Da ist noch ein bisschen was. Und jetzt tun wir das einfach nochmal schön umrühren. Ja. So, das war's dann eigentlich schon. Ja. Das Ganze wird jetzt dann mit frischharte Folie abgedeckt und wandert eben für mindestens 24 Stunden in den Kühlschrank hinein. Ja. Und weil da ja ein Gramm Germ drinnen ist, haben wir eine ganz langsame Teigentwicklung. Und nach 24 Stunden solltet ihr richtig schöne Blasen werfen und dementsprechend super ausschauen. So, Christian, wir haben jetzt diesen Vorteil logischerweise vorbereitet. Ich meine, ich finde ja sehr sympathisch, aber 24 Stunden mit dir da zu stehen und so weiter. Das wäre doch ein bisschen zu lang gewesen, oder? Wir hätten schon die Zeit irgendwie vertreiben können. Aber wir machen jetzt mit diesem Vorteil den ganzen fertigen Pizzateig. Genau. Was ich mir ganz kurz zeigen möchte. Ja. Wir haben da ganz viele schöne Blasen drin. Ja. Also obwohl wir noch ein Gramm Germ drinnen haben, das ist nix, haben wir da richtig schöne Entwicklung. Und man glaubt ja gar nicht, dass das in Kühlschrank so wird, nämlich bei Kälte. Ja. Man glaubt immer noch bei Wärme. Nein, 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 gar nicht. Ja. Jetzt ein kleiner Tipp von mir. Wir machen den Pizzateig relativ weich. Ja. Wenn er schön weich ist, ist er natürlich noch saftiger und noch besser. Okay. Jetzt würde ich empfehlen, dass man als erstes einmal das Wasser wieder hineingibt. Ja. Und zum Hauptteig selbst kommt auch noch ein ganz kleines Bissadal Germ dazu. Okay. Das werden wir dann mit dem Schneebesen wieder auflösen. Darf ich, dass dir vielleicht gleich oben hilflich sein? Ja. Dann mische ich das da gleich einmal zusammen. Mhm. Wie viel Germ war denn das jetzt in etwa? Drei Gramm. Drei Gramm, okay. Mhm. Dann schmeißen wir gleich das Mehl dazu. Ja. Dann haben wir jetzt das Weizenmehl. Ja. Dann können wir gleich zusammenmischen, gell? Ja. Ja. Mhm. Dann ganz wichtig, Salz. Ja. Und noch jede Menge Olivenöl. Mhm. 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 Und natürlich nicht zu vergessen, den Vorteig müssen wir natürlich auch dazugeben. Dazugeben. Jetzt schmeißen wir das gleich mit hinein. Ja. Sehr gut. Mhm. Mhm. Darf ich kurz? Ja, bitteschön. So. Machst du mir so, wie der Niki Lauda sagt, wir haben nichts zum Verschenken. So. Wunderbar. Und das war's eigentlich. Ja. Das heißt, das sind alle Zutaten, die wir brauchen für unseren Pizzateig. Der wird jetzt zehn Minuten recht intensiv geknetet. Also ich muss einen Milchdurchschrank vollgas kneten. Also richtig bei hoher Geschwindigkeit. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Bis der Teig eben richtig gut ausgemischt ist. So. Dann machen wir zehn Minuten ein. Und dann geht's schon los. Wir können dann in der Zwischenzeit schon alles Mögliche vorbereiten. So. Jetzt ist es zu Ende. Wir haben den Teig bereits zehn Minuten geknetet. Jetzt nehmen wir den einmal raus. Jetzt bin ich gespannt, wie das ausschaut. Genau. Boah, das ist sehr cremig. Das ist richtig cremig und da darf man sich nicht schrecken. Ja. Weil genau so muss er sein. Mhm. So. Und zwar gebe jetzt oben drauf etwas Mehl noch drüber. Ja. Dann nehme ich mir so eine Teigkarte und tun wir den Teig jetzt noch einmal ein bisschen einscheren. Ja. Also einfach vom Pfannenrand lösen ein bisschen. Genau. So. So schaut das Ganze aus. Und jetzt muss man das Ganze zudecken und noch einmal eine Stunde bei Raumtemperatur rasten lassen. Rasten lassen. Machen wir. Machen wir. Gut. Das Ganze hat jetzt eine Stunde gerastet. Wollen wir da einmal unter das Tuch schauen? Sind wir vielleicht schon so weit? Ja. Riskieren wir einen Blick. Es wird schon. Es ist schön langsam. Ich kriege Hunger. Ja. Sehr gut. Schauen wir einmal. Sehr gut. Also wir sehen jetzt, dass der Teig schon richtig schön aufgegangen ist. Ja. Und jetzt gehen wir mal zu Beginn halt an die Arbeitsfläche gleich mal ein bisschen kräftiger bemehlen. Mhm. Weil eben der Teig so weich ist, muss man auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Mehl arbeiten. Ja. Und mit Hilfe meiner Teigkarten. Ja. Gehe ich mir dann gleich wieder da raus. So. Au. So. Und jetzt kommt Trick Nummer 17. Nicht weiter verraten. Nicht weiter verraten. Das darf niemand sagen. Genau. Das wissen wir jetzt weiter. Genau. Und wenn wir jetzt mit der Teigkarten noch einmal unterhalb so reinfahren. Ja. Dadurch verhindern wir automatisch gleich einmal das Ankleben des Teiges. Mhm. Mhm. Ja. Weil sonst geht es nämlich mit dem Kleben los. Und wenn es einmal losgeht mit dem Kleben, dann klebt alles noch nicht. Mhm. So. Jetzt machen wir uns drei gleich große Teigstücke. So. Schaut ganz gut aus. Ich darf so ein glitschigste Teil auch in die Hand nehmen. Absolut. Ja. So. Und entweder geht man jetzt her und tut den Teig in der Hand drinnen. Ja. Noch einmal ein bisschen so rund formen, so gut wie es halt geht. Ja. Wie der ist das aber echt schön locker. Ja, ja, ja. So. Ja. Und ich gehe dann schon einmal auf ein Backpapier her. Ja. Mhm. Tue mir da ein bisschen Mehl her. Ja. Und magst du mir vielleicht ein bisschen Grieß hergeben? Ja, gebe ich dir gern. So, bitte schön. Ja. Und du mach unterhalb her. Mhm. Dann rutscht nämlich dann die Pizza. Du hast recht, das hört dann irgendwann einmal auf. Genau. Das ist super wach. Ja. Super angenehmes Gefühl. Und ich kann mir schon vorstellen, wie das schmeckt. Sensor schmeckt. Das bildet sich ablassen. Ja. Hundertprozentig. Ja. Das heißt, da kommt kein Nudelwolga zum Einsatz, sondern die Finger ziehen diesen Teig einfach abzuhören. Genau. Wenn der so weich ist, dann kann man mit dem Nudelholz oder so endenmarscheid arbeiten. Ja. Also wirklich, die Finger, da hat man ein besseres Gespür für das Ganze. Ja. Und man muss schon dazu sagen, natürlich, dieser Teig ist schon extrem weich. Ja. Aber ich werde es dann merken vom Geschmack her natürlich, das ist wirklich schon ein ganz großes Kino dann. Ja. Ich muss ein bisschen Mehl aufsetun, gell? Ja. Und ein bisschen Polentagris dazu. Genau. Ja. So. Habe ich das richtig gemacht? Besser wie meinst. So. Aber das ist noch keine Margarita, oder Christian? Noch nicht. So Christian, jetzt haben wir unseren tollen Teig da liegen jetzt, weil wollen wir doch starten, den zu belegen, oder? Ja, unbedingt. Weil eine Pizza ist ja ohne Belag gar nichts. Also, dann gebe ich dir einmal die Tomatensauce, wenn ich da für die Hand. Ja, danke schön. Und ich würde dann einfach eine Mozzarella drauf pflücken. Mhm. Ich habe jetzt, wie man das da sehen kann, das Backpapier ein bisschen zugeschnitten. Ja. Der große Vorteil ist dadurch, dass wir es dann mit dem Backpapier direkt auf den Pizzastein geben können. Weil sonst ist das Handling zu Hause relativ schwierig, wenn der Teig zu weich ist. Es ist, der Teig rocht auch ein bisschen glibrig, gell? Und dann tut man sich prinzipiell lechter. Mhm. So, und dann tun wir ein paar so schöne weiße Flocken drauf. Mhm. Schaut jetzt schon sensationell gut aus. Mhm. Wenn man mit einem Pizzastein arbeitet, mindestens 45 bis 50 Minuten vorheizen, weil man da richtig schön die Hitze speichert. Ja. Und jetzt geben wir dann eben sozusagen die Pizza gleich direkt auf den Stein hinauf. Ja. So. Schnell wieder zu. Schnell wieder zu, bei 250 Grad habe ich gesehen. Genau. Und ich würde mal sagen, spätestens nach zwei Minuten wird es fertig sein. Es duftet nach Italien. Mhm. Sensationell riecht es. Ja. So. Magst du das rüberziehen oder soll ich das machen? Ja, ich kann es gerne machen. Ich nehme es einfach am Backpapier runter. Ja, genau. Und versuche es da. Schauen wir, wie der Käse... Mhm. Ah, herrlich. Und von der Backzeit her, muss man jetzt schauen, also zu zwei, drei Minuten, kommt immer darauf an, natürlich jetzt wie heiß der Pizzastein ist und so weiter. Und ob man einen Pizzastein hat oder nicht, oder? Das kommt auch noch dazu. Wichtig ist, dass es richtig schön knusprig ist, dass wir schöne Farben haben. Mhm. Wenn ich darf, darf ich ein bisschen Olivenöl noch dazu drauf geben. Unbedingt. Schau mal. Nein. Ah. Bella Italia, oder? Ja. Und ein bisschen Salz noch drüber. Genau. Ein grobes Salz. Und als Abschluss geben wir noch ein bisschen was Grünes dazu. Unbedingt. Sowieso meine Farbe. Das braucht es, gell? Nein, bitte. Na, schau. Unglaublich. Unglaublich. Aber der Urlaub kann beginnen. Der Urlaub kann beginnen. Christian, vielen lieben Dank. Danke für deine Tipps und deine wertvollen Ratschläge. Sehr gerne. Pizza werde ich nicht mehr anders machen. Ich nehme mir die Zeit für den Vorteig. Danke. Ja, super. Ich sage danke. Danke.